Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Hast du mich in New York betrogen? Moment, jetzt mal ganz mal vorne. Es ist so, dass ich dort diesen Film machen kann und dass ich einfach mich in New York wahnsinnig wohl gefühlt habe. Ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ich brauche das. Ich weiß nicht, ich brauche das. Ich weiß nicht, ich brauche das.